Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der Ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. 15 Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shop in 5, 4, 3, 2, 1. Was zur Linke ist das? Ein Mond. Dann besser die Reißriffung. Rosen, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellys Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir's. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Park? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Registrierungsnahrung. Auf Ausgleich vorbereiten. Geht nicht! ... Riese, komm, mal da treffen Sie mir! Hier! Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm! Wo finde ich einen EBA-Anzug? Komm! Da, Walter! Gravitation offline. Gravitation aktiviert. Gravitation aktiviert. Der Raum ist geschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Oh, schade, schade! Ich kann es nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Minen, Minen! Isaac, wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumrum steuern. Dann brechen Sie eben durch. Oh nein! Oh nein! Ich hab's! Ich hab's! Bringen Sie es unter Kontrolle! Ich bin auf vollem Schub! Es wird langsamer. Okay. Okay. Das war's. Himmel, das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdruck? Ja, glauben Sie, ist es Luft an Bord? Bis zum nächsten Mal.